Hi! In diesem Beitrag geht es um die Naturphilosophie der Vorsokratiker, und damit um die Geburtsstunde der abendländischen Philosophie zu Beginn der Antike rund um das Jahr 600 v. Chr. und vor Sokrates. Das hatte Sokrates mit Christus gemeint, dass er eine so einschneidende Persönlichkeit war, dass diejenigen vor ihm heute kurzerhand als Vorsokratiker wegsortiert werden. Nun, wer waren diese Vorsokratiker? Und wie haben sie den Schritt von der Mythologie, um die es im vorherigen Beitrag ging, hin zur Philosophie vollzogen? Schon in der Zeit der Vorsokratiker herrschte ein Zustand, der den Philosophen Platon später zu einem netten Vergleich veranlasste. Die Griechen, schrieb er, säßen ums Mittelmeer verteilt wie Frösche um einen Teich. Und tatsächlich gab es rund um die mediterrane Küste, vom heutigen Spanien bis zur Türkei, über 100 griechische Siedlungen und Städte. Dazu gehörte auch Milet, eine griechische Polis, also eine Bürgergemeinde um einen städtischen Siedlungskern. Milet lag nahe der heutigen türkischen Stadt Izmir. Aus dieser Polis stammte Thales von Milet. Das ist der bekannteste aus einer Liste vorsokratischer Namen, die Platon als die sieben Weisen bezeichnete. Thales gilt heute als der Begründer der Naturphilosophie und aus europäischer Perspektive als der erste Philosoph überhaupt. Zumindest eben der erste, von dem wir dank Überlieferungen heute wissen. Womit die abendländische Philosophie ihren Ursprung gar nicht in Griechenland und dem Abendland, sondern vielmehr dem Morgenland, nämlich Kleinasien, hat. Aus Milet stammten noch weitere wichtige Naturphilosophen der ersten Stunde. Aber der Reihe nach. Quasi-philosophische Fragen setzten sich, wie wir gesehen haben, seit jeher mit der Natur auseinander. Kein Wunder, denn die Natur war es, die den Menschen stets von allen Seiten umgab. Alles stand mit ihr im Zusammenhang. Daher überrascht es auch nicht, dass die älteste Form der Philosophie eben die Naturphilosophie ist, und nicht etwa die Rechtsphilosophie, wobei die auch nicht lange auf sich warten ließ. Der Definition nach handelt es sich bei der Naturphilosophie um die Begründung und Reflexion der Prinzipien, die der Natur zugrunde liegen. Prinzipien also, die das Wachstum von Biomasse oder den Wechsel der Jahreszeiten erklären. Über Generationen hinweg hielten Geschichten über Gottheiten als Erklärungen her. Es donnert, weil der Donnergott Tor mit seinem Wagen vorbeirollt. Die Vorsokratiker waren nun die ersten Menschen, von denen wir wissen, die eine Erklärung der Natur nicht vom Mythos, also einer Erzählung her, versuchten, sondern vom Logos aus. Diesem Begriff haften in der Philosophie viele einander zuweilen sehr ähnliche Bedeutungen an, wobei sich Logos in diesem Fall mit Vernunft übersetzen lässt. Das heißt, die Vorsokratiker versuchten, die Prinzipien der Natur auf eine Weise zu erklären, die unserem Verstand, unserem rationalen, vernünftigen Denken logisch erscheint. Dabei suchten sie nach Elementen und Energien innerhalb der Natur, die anderen vorausgehen – oder die sogar am Anfang von allem stehen. Die Suche nach dem Urstoff war ein ganz heißes Thema bei den Vorsokratikern – und insbesondere bei den drei Herren von Milet. Denn neben Thales kamen auch die Naturphilosophen Anaximenes und Anaximander daher. Für Thales bildete Wasser den Urstoff, aus dem alles andere hervorgegangen sein soll. Das war eine Idee, die es auch in der Mythologie schon gab, etwa bei Homer, wobei der mit Okeanos als dem Ursprung von allem eben noch einen Fluss Gott an die erste Stelle setzte. Thales wiederum meinte das Element Wasser. Anaximenes erklärte die Luft zum Urstoff, und bei Anaximander war es das Unbegrenzte. Andere Vorsokratiker suchten nicht nach einem Urstoff, sondern einer Urkraft oder Urfunktion. Am bekanntesten ist hier wohl Heraklit, mit seinem berühmten Grundsatz Pantarei – alles fließt. In dem vorhin genannten Logos entdeckte Heraklit eine Art allgemeines Gesetz, das alles erschafft, ordnet und vorherbestimmt. Seine Auslegung vom Logosbegriff wurde später von der Stoa übernommen, aber dazu mehr im Beitrag über Epikoerismus und Stoizismus. Heraklits Meinung nach befand sich die Welt in einem ständigen Wechsel und Wandel. Zu guter Letzt sei hier noch Demokrit genannt. Der war zwar schon ein Zeitgenosse von Sokrates, wird trotzdem noch den Vorsokratikern zugerechnet, als letzter namhafter Naturphilosoph. Demokrit stimmte Heraklit zu, dass alles im Fluss sei. Doch er bestand auch darauf, dass die Welt dieses fortlaufend Fließende sich aus kleinsten und ewigen Teilchen zusammensetzte. Diese Teilchen nannte Demokrit Atome. Ganz schön vorausschauend, der Demokrit. Doch bevor wir jetzt in die Physik abdriften, vollziehen wir die sokratische Wende. Weg von der Naturphilosophie und Fragen zur Weltordnung hin zu Themen, die direkt uns Menschen betreffen. Doch dazu mehr im nächsten Beitrag. Wenn dir dieser Part geholfen hat, gerne liken, teilen, kommentieren. Und wenn du diese Inhalte unterstützen möchtest, abonniere diesen YouTube-Kanal und schau im Blog vom Bleiben vorbei. Dort findest du auch diesen Beitrag und viele weitere nochmal in Schriftform. Ich sag vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn's noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.